Guti, dann machen wir aber schon mal weiter, wir gucken uns kurz das Team an, wir haben immer noch dieses äußerst mächtige Xatu, dann haben wir noch dieses äußerst mächtige Nachthara, die sind beide echt nicht so stark, muss ich sagen. Pytonil, ich hoffe dir geht's gut, hellöchen und vielen Dank für den nice Reset, ich wünsche viel Spaß weiter mit den E-Motes, kuss, kuss, kuss. Da haben wir auch Soifon dabei, wir haben Turnflamme, unser Maschok mit am Start und Xerox ist noch mit von der Partie. Dann gehen wir mal in die Arena, wir müssen ja nämlich auch noch die ganzen Arena-Trainer besiegen, den Rivalen haben wir im letzten Stream noch besiegt, also ja. Ansonsten, wie gesagt, Ziel für heute wären so die zweite und dritte Arena zu schaffen, ich denke das klingt nach was Machbaren, wie gesagt 18.30 Uhr, beziehungsweise kurz vor 18.30 Uhr ist allerspätestens Schluss. Weil danach ist Draft-Liga-Kampf gegen Bene, gar kein Bock. Matchup ist grauenvoll, ist eine volle Katastrophe. Also, ja, das wird nicht gut ausgehen, gar kein Bock auf diesen Kampf. Ich hoffe, wir spielen nicht länger als eine halbe Stunde, bin ich ehrlich. Da wäre ja gar kein Bock drauf. Aber ja. Und ansonsten, boah, heute war aber produktiver Tag, muss ich sagen. Weghexen wäre stark, ja. Ich weiß zwar noch nicht, wie ich hinweghexen werde, aber ja, finden wir wohl noch heraus. Ich war halt heute in der Schule, dann bin ich heimgekommen, gekocht, gegessen und seitdem nur aufgenommen. Jetzt Stream, danach Liga-Kampf. Und dann ist einfach 7 Uhr, dann bin ich um 7 Uhr aufgestanden und hab bis 19.12 Stunden eigentlich irgendwas Produktives gemacht. Also auch mit so hin und her fahren und so. Das werde ich jetzt einfach auch mal mit rein. Also ich sag, der produktive Mann ist da an der Stelle da. Und sage, Lehrer sind nicht faul, also heutzutage sind teilweise Lehrer wirklich faul, weil sie sich Standardaufgaben verweigern. Oder sagen, macht ihr mal, beziehungsweise lernt das selbst, habt ihr am Wochenende Zeit für diese 5... Ja, das ist dumm. Das ist dumm. So, während dem Unterricht sehe ich schon ein, dass man ab und an mal gut eine Aufgabe geben kann, wo man sich so ein bisschen selber... Also, was mir persönlich tatsächlich wirklich hilft, ist, wenn man, ähm, wenn ich quasi so eine Quelle vorgelegt bekomme und gesagt wird, ja, fassen Sie das mal. Also, du kriegst eine Aufgabenstellung und musst anhand der Quelle, weiß ich nicht, Zeitungsartikel oder so, äh, diese Informationen rausschreiben. Das finde ich ganz gut, muss ich gestehen, weil dadurch lerne ich wirklich gut, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber das ist so eine Lernmethode, die ich gemerkt habe, die kann ich, mit der kann ich sehr gut lernen. Also, das finde ich ganz nice. Und hallo, Xieberger, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, dir ist ein schöner Tag. Hello! Nicht vergessen übrigens, ne, wenn ihr subbt und so kriegt ihr automatisch Punkte und wenn ihr subbt giftet, vergiftet, was auch immer. Vergiftet vor allem. Äh, ne, da waren wir gerade. Ja, wir müssen das da. Da ihr die nicht vergesst einzulösen innerhalb des Streams. Little Rune, meine französische Lehrer... Lehrering? Vokabeln sollten wir zu Hause immer alleine lernen. In der nächsten Stunde war dann Vokabeltest. Das ist der Grund, warum ich Französisch hassen gelernt habe. Ist das nicht so ein normales Prozedere? Also, bin ich ehrlich? Also, ich weiß nicht, das klingt nach quasi jedem Sprachunterricht im Gymnasium. Das war in Englisch so, du hast Vokabeln... Also, klar, man ist ein paar Vokabeln durchgegangen im Unterricht, aber die meisten hast du dir zu Hause beibringen müssen. Wo einfach nur auf einer Seite... Boah, die Vokabelseiten am Ende des... Die Vokabelseiten am Ende des Greenline News, Freunde. Boah, hab ich die hassen gelernt, ne? So, im Endeffekt, am Anfang denkt man sich, oh, das ist ja voll nett. Da stehen die dann so da und man kann die nachgucken. Und dann ist das einmal nur... Boah, steht so viel Kacke auch mit dabei und so. Ne, die hat man ab irgendeinem Punkt auch einfach hassen gelernt, bin ich ehrlich. Die hat man ab irgendeinem Punkt einfach hassen gelernt. Hallo, Rag, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, Lil. Ich habe ja auch nichts Geiles, um Mordort richtig gut zu bekämpfen. Habe erst mal in drei Tagen Freezing Sapphire durchgezogen, freue mich am Versuch 9 bis 30, ja. Wird mega geil, freuen wir uns alle. Hallo, am faulen Tag habe bis 5 Super Bowl geschaut. Ja, Super Bowl war ja, habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß, dass unser Lehrer, einer von uns, den Super Bowl geguckt hat, deshalb anderthalb Stunden nur geschlafen hat heute. Deshalb, da dachte ich mir auch, ja stimmt, das war Super Bowl. Aber ich... Ich habe nichts mit dem Super Bowl am Hut, bin ich ehrlich. Also, allgemein Sport einfach, ich weiß nicht, Sport zum Angucken, auch E-Sports. Also, ich dachte ja immer für einen kurzen Moment mal, Overwatch E-Sports, das ist es für mich. Und dann habe ich gemerkt, nee, finde ich auch langweilig. Ah. Nee, nee, wenn man 20 Vokabeln lernen soll, man den ganzen Satz damit bilden soll, ohne dass man die Wörter einmal mit dem Lehrer durchgeht, ist so gottlos. Ja, kann ich verstehen. Also, das ist echt nervig, das sehe ich ein, bin ich ehrlich. Hallo, Marky, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, Mitzetler, ich hoffe, euch geht's gut. Hallo. Dieses Jahr wieder Overwatch World Cup. Oh ja, da werde ich sowas von nicht reingehen. Sport ist Mord. Ich fände es ja immer noch cool, wenn ich so einen Sport hätte. So einen coolen Sport, den ich mir angucke, wo ich auch so richtig Freude dran empfinde, aber existiert einfach nicht. Es sind für mich vielleicht Draft-Ligen oder sowas. Da denke ich mir, da kann ich mir drei Millionen Mal das geben und es ist gefühlt auch langsam immer dasselbe, weil, ja. Groß verändern tut es sich auch nicht. Wir haben Essen als Sport. Ja, okay. Wenn wir daraus einen Sport machen, glaube ich, das würde ich mir reinziehen. Ich bin seit acht Jahren Football Fan, da ist das dann fest ein Pflichttermin, aber das kannst du auch nur durchziehen, wenn du echt Fan bist. Ja, verstehe ich ja. Also, ich verstehe ja, dass man auch deshalb wach bleibt und so. Da sage ich ja auch gar nichts gegen. Ich meine, ich bleibe ja auch für, weiß ich nicht, eine Nintendo Direct noch mal länger wach. Würde da jetzt um 12 Uhr eine kommen, würde ich mir auch denken, boah, muss man eigentlich schon wach bleiben. Aber, ob man es dann am Ende wirklich durchzieht, das ist wieder die andere Frage. Super Bowl war interessant, Rihanna war gut. Das ist auch das Einzige, was ich vom Super Bowl mitbekommen habe, sind die Trailer, die rauskommen. Ich habe mir den Flash Trailer reingezogen, war nice. Den Guardians Trailer, der war okay. Und, äh, dass Rihanna schwanger ist. Das habe ich auch noch mitbekommen. Das waren so die Dinge, muss ich sagen. Boah, ich will immer noch einmal in meinem Leben, werde ich noch ein Wettessen machen. Weil ich glaube, das ist actually sehr interesting, da mal einen Teil zu nehmen. Ein Hallo Film, ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich finde, Erdbeere ist eine Super Bowl, ja. Weil ich habe nur mitbekommen, wie auf Twitter dann immer so gepostet wurde, dass das so ein krasser Move ist. Wo ich mir so, ich weiß gar nicht, ob ich das so krass finde. Ich denke mir so, weiß ich nicht. Ob ich das jetzt am Super Bowl raushauen muss? Weiß ich nicht. Dafür, dass Rihanna schwanger war, hat sie es gut gemacht, in meinen Augen. Ja, ich weiß nicht mal in welchem Monat oder, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dafür, ich weiß nicht, das ist mir auch so scheißegal, ob irgend so ein Scheiß-Promi schwanger ist, könnten wir auch nicht egaler sein, um ehrlich zu sein. Also klar, dadurch wird der Auftritt wahrscheinlich krasser. Ich habe den nicht gesehen, ich kann es nicht einschätzen. Vermute mal, es wird gut gewesen sein, so wie die Leute reagiert haben. Aber du hast den Bauch sofort gesehen. Ja, ich habe kein Bild oder so gesehen, muss man dazu sagen. So, das Einzige, was ich mitbekommen habe, bis auf Twitter, war diese Nachricht. Die habe ich gelesen und dachte mir, ah, okay, cool. Ist mir eigentlich egal. Das Spiel war viel spannender, als der Fakt, dass sie schwanger ist. Da habe ich auf Twitter anderes gelesen. Da habe ich immer nur gelesen, so scheiß mal drauf, wie geil das Spiel war. Rihanna ist schwanger, das war der Banger an dem Tag. Wo ich mir auch denke, ja, was juckt es mich? Was juckt es mich, ob ein Promi schwanger ist oder nicht? Also wirklich, das könnte, ich verstehe das auch gar nicht, warum es da teilweise so viele Leute gibt, die da so ein Interesse immer dran haben. Ich denke mir da auch so, ja, und jetzt? Also was bringt mir das in meinem Leben? Nichts juckt mich also nicht. Ich meine, am Ende des Tages, ich bin ja genauso. Mich interessiert ja auch, was andere Poketuber und so eine Kacke treiben, wo man sich auch denkt, was juckt mich das? Aber, ja, keine Ahnung, warum. Ich verstehe halt nicht, warum sowas etwas ist, wo ich mir denke, das muss ich jetzt am Super Bowl quasi. Also, ich meine, sie musste es ja zeigen, wenn sie quasi einen Bauch hat, ne? Also es ging ja gar nicht anders am Ende des Tages. Und ja, deine Chancen, also wenn du bei Rihanna Chancen haben wolltest, dann sind die jetzt stark gesunken, würde ich sagen, nachdem das das zweite Kind ist. Es gibt keine Level Cap offiziell. Ich versuche mich einigermaßen an eine zu halten. Die wäre jetzt 20 in dem Fall. Weil stärkste, man ist 17, 20% kommen auf die Monsteraufwandlevel. Ergo 3,4, also auf 20. Ich mag E-Sport, aber so richtig Sport, wenn du überhaupt Tischtennis oder Schwimmen konntest, also sowas wie Wettschwimmen oder Schwimmathletik, weil ich es einfach fasziniert bin von sowas. Why so ever, ja. Wenn man es interessant findet, findet man es interessant. Imagine Downey wäre schwanger. Also, wenn ein Typ schwanger ist, dann wäre mir das auch egal, was das für ein Typ ist. Das würde mich auch interessieren, ja. Ja, PR-mäßig natürlich, mega schlau. Ja, was Leute machen. Ich meine, so ein paar Leute interessieren mich schon, aber zum Beispiel Rihanna oder irgendeine Sängerin, weiß ich nicht, wäre mir egal. Ich glaube, maybe ist es auch so dieses Sänger-Dasein, was mir so scheißegal ist. Ich glaube, wenn jetzt so Yoko oder Klaas oder so, mit denen ich öfter was am Hut habe, weil ich die halt einfach öfter reinziehe, wenn da irgendwie ein Kiddy bei rumkommen würde und man das irgendwie mitbekommt, dann würde ich mir denken, okay, doch, das finde ich interesting. Aber alles andere denke ich mir so, ja, er hat mich eigentlich ein scheiß Dreck. Hallo, Mimso, ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag, hallo. So, ich packe mal alles auf 19, ich denke, 19 ist ein okayes Level. Und wir bräuchten eine Wette bitte für dies mächtigen Arena-Kämpferli. Habe ich eigentlich irgendein Item, das ich irgendwie ausrüsten kann? Wundersaat, ja, bringt mir auch nichts. Wenn Stefan Raab einen Nachfolger produziert, der alles wieder aufleben lässt. Ah, die Stefan-Raab-Zeiten waren wild. Wobei, ich sage, ich, also im Endeffekt für mich ist Yoko und Klaas so ziemlich das, was Stefan Raab für die Generation vor mir quasi war. Deshalb, ich finde das, also brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Nachfolger. Ich wüsste auch nicht, warum ich den Fernseher nochmal anmachen sollte, um ehrlich zu sein. Warum tun sie das, Mimso? Warum tun sie das? Jetzt muss ich, hättest du das nicht wenigstens eine Minute vorher aktivieren können? Jetzt muss ich wieder bis komplett zurücklaufen. Oh, Alter! So, schauen wir mal. Wir müssen mal alles ein bisschen passender positionieren. Dass die Reihenfolge quasi legitim ist. Ich bin im Fernseher nur wegen meiner Konsole an. Also, ich schaue mir schon so Serien und sowas an. Das so ist jetzt nicht. Aber so, nicht aus dem Fernseher. Selbst wenn das, gucke ich dann auch im Fernsehen nach. Äh, im Internet nach. So, dann brauche ich jetzt einmal kurz den Random Number Generator. Wir haben gerade, ich glaube, es müssten 13 sein. Das heißt, eine Zahl zwischen 1 und 13 müssen wir generieren. Habe ich einen guten Internet-Stream gerade, den ich euch geben kann? Da steht Internet-Stream dran. Aber das Internet ist nicht ausgewählt. Das ist schlecht. Schauen wir mal. Zack. Ah, es ist genau abgeschnitten. Willst du mich verarschen? Ah, das ist halt für YouTube angepasst. Ne, dann kriegt ihr jetzt einfach... Oh! Ne, das hier optimal hier. Stark. Kriegt ihr einmal das schnell von mir. Jetzt muss ich euch nur... ...das hier ein bisschen größer machen. So, jetzt seht ihr nämlich auch alles. So, wir generieren die 7. Okay. Das bedeutet, Anurid stirbt. Das ist okay für mich. Damit kann ich durchaus leben. Schade, Leon. Das war's dann wohl mit dir. Hallo, Rufjetkin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir hat's einen schönen Tag. Leo. Ja, ich... Eigentlich... Ich bin ehrlich. So, ich würde echt gerne mehr über dem Fernseher eigentlich gamen. Vor allem, weil mein Fernseher sogar so einen Gamer-Modus hat. Wodurch die Farben nochmal ein bisschen besser und alles sind. Aber das mache ich halt nie. Wann setze ich mich denn da hin? Wer bin ich denn? Ich meine, ich zocke zwar schon. Aber meistens im Handheld-Modus. Weil ich nebenbei Fernseher gucke. Also irgendeine Serie oder YouTube. Hallo, Bro. Hallo, Flixi. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, dir einen schönen Tag. Hallo. Hallo. Darf ich mich eigentlich nochmal benennen lassen? Weil du kannst potenziell immer wieder belebt werden. Also, du könntest halt... Ach, ich bin dumm. Leon 2 machen. Aber wir haben gesagt, im besten Fall einen Stream dann immer aussetzen dafür. Bevor du benannt wirst. Können wir jetzt eine Wette machen? Oder haben wir schon eine Wette gemacht? Ja, das ist... Das sag ich, ich bin genauso. Ich brauche eigentlich auch irgendwas im Hintergrund. Was auch mega weird ist. Aber das ist schon durch. Ja, dann kann ich einfach rein, ne? Und kann ja rein in die Masse gehen. Das Problem ist nur... Ähm... Erstens muss ich dann immer ein bisschen was umbauen. Ist nicht ganz so schlimm an und für sich. Aber dann kann ich nichts nebenbei gucken. Ich gucke ja immer gerne YouTube oder so nebenbei. So, eigentlich hast du ja im Hintergrund quasi die normale scheiß Background-Musik von dem Spiel. Und die meisten Spieler haben ja sehr, sehr gute Background-Musik. Aber ich bin... Der ist schneller? Der ist schneller? Okay, das ist schlecht. Natürlich connectet der seine Scheiß auch. Ach, der ist... Ah, das ist das Level 20 am Mon. Ah, das sehe ich erst jetzt, lol. Ja, okay. Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Was passiert eigentlich, wenn der Random Kill während eines Kampfes gecallt wird? Das funktioniert nicht. Also, ihr müsst... Ich gehe jetzt einfach mal so weit und sage, ich setze mal ein bisschen Menschenverstand voraus. So logischer Menschenverstand. Dass ihr euch denkt, wenn ihr Random Kill anmacht, das nicht mitten im Kampf passieren kann. So allgemein diese geforsten Kills könnt ihr nicht während eines Kampfes benutzen. Man kann mal drüber nachdenken, ob man das für die nächste Twitch-Lock macht. Aber ich glaube, wenn man halt Punkte ansammelt... Und sagt... Ja, ich sage, das ist aber eine Idee, was man wirklich machen könnte, ne? So einen gezielten Kill während einem Kampf. Dass man dann quasi auch geforst ist, zu wechseln und so. Natürlich hat er noch einen Metagross. Warum sollte er auch nicht einen Metagross haben? Das wäre aber an und für sich eine coole Idee, ne? Wollen wir das einführen? Sollen wir das einführen? Boah, das sieht gar nichts ab. Ach du Scheiße. Hui, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Aber muss halt teurer sein wie ein normaler gezielter Kill, ne? Das muss auch... Also das steht für mich jetzt außer Frage, dass das teurer ist, wenn das mitten im Kampf passieren kann. Warum hat er jetzt eine Beere? Warum hat er denn jetzt Beere-Saft? Was soll denn die Scheiße? Das Problem ist halt, der schwebt halt auch gerade. Kann ja auch nicht groß was machen. Das muss arschteuer werden. Ja, also ich hätte jetzt... Ich weiß nicht, wie viel haben wir für gezielter Kill gerade? Ich glaube, da haben wir 25k. Das heißt, das wären auf jeden Fall mindestens 30k. Ich glaube, der kann nur Bodycheck gerade, kann das sein. Wie willst du das im Kampf machen? Man kann maximal sagen, dass man da vom Kampf nicht mehr benutzt wird. Ja, ja. Das würde halt bedeuten, ich darf es halt nicht mehr benutzen. Und dann setze ich es auf die Bank. Also so wäre jetzt quasi... Wäre jetzt mein Gedankengang gewesen... Oh, sch... Der hat doch... Okay, wir stehen noch. Ich wusste nicht, dass der doch seine Moves ändern kann. Und da hört der Elektromagnetismus auf. Das ist ganz gut. Ich dachte, der könne das auch erst ab 21. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. Aber das würde ich, da wäre dann aber auch die... Alter, du Scheiße. Da wäre dann auch die Regel, das kann man nur einmal pro Kampf benutzen. Also, dass ihr mir da jetzt nicht auf einmal drei Pokémon wegschallern könnt. Das wäre dann etwas, wo ich auch sage, das geht nur einmal pro Kampf. Chillikampf ohne Metacross wechseln. Ja, easy, hä? Hat ja nur Bodycheck drauf. Also, wenn... Ich weiß nicht, Flo, kannst du das hinzufügen? Also, wegen mir, wir sind noch relativ am Anfang. Wenn ihr wollt, können wir das ab jetzt schon einfügen. Also, dass es ab nach diesem Kampf funktioniert. So, in diesem Kampf machen wir das nicht. Das wäre in der Top 4 extrem funny. Ich glaube, für die Top 4 bräuchten wir dann aber eine gesonderte Regel. Also, in der Top 4 muss man dann die Regel aufstellen. Das darf nur einmal in der gesamten Top 4 gemacht werden. Weil sonst ist das ja broken. Dann killt ihr mir vier Pokémon in der Top 4 einfach weg. Dann kann ich die Top 4 nicht schaffen. Weil der Champ-Kampf zählt auch dazu. Ich glaube, hinzufügen kann ich es nicht nur aktivieren, deaktivieren. Ja, okay, dann mache ich das nach dem Kampf. Weil ich sage, prinzipiell könnte das interesting werden. Ich meine, wir machen es dann für 35k. Dann ist es auch Bums noch eins teuer. Dann muss man sich nochmal gut überlegen, ob man das benutzt. Also, ja. Wenn schon vier tot sind. Ja, das ist halt das Ding. Das kann man schon strategisch gewieft benutzen. Aber das Problem ist, eigentlich bräuchten wir dann eine Mindestvoraussetzung, wie viele Pokémon noch am Leben sein müssen, ne? Ja, scheiß auf Metallklau. Ja, wenn zum Beispiel nur ein Mon lebt oder wenn nur noch drei Mons leben, ist es eigentlich auch schon sehr OP. Also, man müsste quasi sagen, es müssen mindestens vier Pokémon noch am Leben sein. Guckt auf den Kontostand 38k, Sweatten. Fühlt man. Also, meine Überlegung wäre jetzt, einmal pro Kampf kann das benutzt werden. Es müssen noch, es müssen ebenfalls mindestens neun Pokémon da sein. Also, das bedeutet, dass halt noch mindestens, also sechs im Team und drei mindestens auf der Bank. Und es müssen noch mindestens vier Pokémon während des Kampfes leben. Ich weiß halt nicht, ob das nicht wieder einfach, einfach too much ist, was, was wir da jetzt bauen. Ob das nicht zu komplex am Ende des Tages ist. Weil ich, ich glaube, dass, also, wenn wir feststellen, brauchen wir so viele Zusatzregeln, damit das überhaupt funktioniert. Meditation, ah ja, danke. Danke, Brudikai. Da ist doch, da sind doch die starken Thames, die man sehen will. Deshalb, weiß ich nicht. Ich weiß halt auch gar nicht, inwieweit sich das unbedingt, ja, es ist schon, ja. Würde lieber ohne Grenze dafür Top 4 ausschließen. Nee, also, ne Begrenzung brauchen wir schon. Weil, dann im Endeffekt, wenn's mal kacke läuft und ich noch zwei Mons hab und die mir einfach einen Zweck haut, das ist ja auch scheiße. Und das bei den Kanälen, ja eben, das ist nämlich mein Problem, dass die Leute sowieso schon nicht aktiv ins Dokument gucken. Also, von dem, nee, ich glaub, wir, also, wir können uns bis zum nächsten Twitch-Log überlegen, ob wir irgendeine Idee haben, wie wir das besser funktionierend hinbekommen. Aber ich glaube, das ist zu komplex. Wer würde dir denn schaden wollen? Niemand. Man kann noch einen Timer einstellen. Das könnte man auch machen, das stimmt. Aber das Problem ist, wir haben ja jetzt echt viele Regeln aufgestellt, die wir brauchen und es schaut eh keine Sau ins Dokument. Und dann denken sich Leute, oh geil, ich kann ihm schnell was weghillen. Und dann wär ich eh wieder nur genervt, weil ich mir denke, alter, wofür schreib ich dieses dumme Scheiß-Dokument, wenn sowieso am Ende des Tages keine Sau da reinguckt. Schwierig. Ich glaube, ein Pokémon darf im Kampf nicht mehr eingesetzt werden, das ist besser. Brauchst du auch keine Komp- Das stimmt. So, das könnte man quasi machen, dass man den damit nicht killt. Aber man kann quasi sagen, okay, den darfst du nicht einsetzen. Das finde ich tatsächlich eine gute Idee. Das muss man dann auch gar nicht mal so teuer machen. Also da könnte man halt überlegen, wie teuer man ist. Also es sollte schon teuer sein. Aber ich sag mal, das muss jetzt nicht... Ich wäre jetzt so... Ja, 20... Ich hätte jetzt sogar irgendwas zwischen 15 bis 20k gemacht. Ich hätte jetzt 15k in den Raum geworfen. Ich weiß nicht, ob 15k zu wenig sind. Können auch so 17 oder 18k machen. Ein zweites Mal einlösen hebt erstes auf. Ne, ich würde einfach sagen, das geht einfach nur einmal pro Kampf. Weil du kannst ja nicht mehr als einen Mon blockieren. Weil du kannst... Also wenn ihr wechseln und hüpfen könnt, wen ihr blockiert, dann kann ich ja gar nicht mehr spielen. Also das ist dann zu schwierig, glaube ich. Das ist wieder too much. Hätte ich jetzt gesagt. Also ich hätte jetzt gesagt, wir sagen einfach, jo, du kannst einen Mon blockieren. Und das geht halt einfach einmal im Kampf. Mein Twitch-Chat spielt Pokémon Hard Gold durch quasi, ja. Das wäre jetzt meine Idee. Oh, was ist denn da passiert? Ich glaube aber, warte mal. Man fällt gerade auf. Ich muss das hier, glaube ich, wieder weg machen. Dann sollte das eigentlich... Ah, das sollte eigentlich nicht passieren. Dann resetten wir das Spiel einmal kurz. Das war nicht meine Absicht. Dann funktioniert es jetzt hoffentlich wieder normal. Ich hoffe mal. Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen für 15k... Kann man quasi sagen, ich blockiere einen Mon. Das kann aber niemand anderes benutzen. Hat Downy gerade durch Null geteilt? Wie viel durch Null geteilt? Was? Wieso habe ich gerade durch Null... Ach so, wegen dem Dings. Ach so. Ja, ich habe gerade durch Null geteilt, Freunde. So sieht es übrigens aus. Das passiert, wenn man durch Null teilt. Kam bei meinem DS früher auch immer. Ja, das passiert halt mal, hä? Das Ding wird ja auch nicht jünger, muss man sagen. Der Shigo DS wird auch nicht jünger. So, wenn ihr älter werdet, glaubt ihr, eure Haut wird so sanft wie ein Babypopo bleiben? Ich glaube nicht. Glücksrauch, actually cool. Das bringt mehr Geld. Doppeltes Preisgeld. Sogar doppelt, Freunde. Doppelt. Natürlich, ja, weiß ich jetzt nicht. Bin ich mir nicht so sicher. Also, ich glaube, da stehen unsere Chancen jetzt nicht ganz so gut. Oh, ich wünsche da einfach unendlicher Schutz, wäre so geil. Jetzt bin ich gespannt, ob Kopfnuss hier gerandomized ist. Ah, er schüttelt Bäume mit Donnerwelle. Ja, das ist ja super. Zeig mal, wie du Bäume mit Donnerwelle schüttelst. Keine Ahnung, er hier, maybe? Auf dem Wersen ist es ein netter Support-Move. Ich bin 26, meine Haut ist perfekt. Ja, geht auch darum, wenn du 86 bist. Ja, okay, das heißt, wir kriegen keinen Kopfnuss. Das ist miese Brise. Das ist leider miese Brise. Der originale Shigo DS ist halt in die Jahre gekommen. Ich meine, der Nintendo DS ist ja jetzt wirklich alt, ne? Also, ja. Ich denke, das ist ein Ding. Und hallo, Bayer, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Wie denn, wie denn wir finden, wenn Flinklau jetzt 100% proppt, aber aufgebraucht wird, kann man machen. Also, ist ja dann quasi, ist das nicht quasi eine Custardberry? Also, ist ja genau dasselbe dann. Nur, dass du quasi keine Voraussetzung dafür erfüllen musst. Das ist halt ein bisschen schwierig, dann brauchst du keine Custardberry mehr. Ist halt derselbe Effekt, nur in Stärker. Machtlinse, das bringt Geld. Und Geld regiert die Welt, wie wir wissen. Donnerwelle zum Schütteln, easy going. Monsten werden gepaaret und fallen runter. Ergo geschüttelt. Ja, sehe ich. Also, wäre halt vermutlich sowas wie ein Luftballon, was halt dann, einmal findest du das Item. Ja, die Frage ist halt, löst sich das Item am Ende des Tages komplett auf? Oder ist das wie so ein Luftballon, das kannst du einmal im Kampf benutzen und wenn du fertig mitkämpfen bist, ist das Item weg. Flammenblitz! Ist prinzipiell eine gute Attacke, aber ich bin echt kein Fan von Recoil-Moves in Nuzlocke. So, ist tendenziell nicht verkehrt. Ist weg, das Item. Ja, dann ist es nicht broken. Also, ich sag, alles, was du einmalig für einen Kampf benutzen kannst, find ich eigentlich schon fast nicht broken, weil du benutzt es ja dann wirklich für einen Kampf und dann ist es halt weg. Was willst du dann machen? Dann ist es weg. Das kannst du vielleicht mal einmal strategisch benutzen. Und dann halt nicht mehr, ne? Deshalb, I guess, das ist fein. Also, zu stark find ich das nicht, wenn sich das auflöst. Ja, ich sag, Flammenblitz ist okay. Also, kann eine coole Coverage-Option für Monds sein, aber am Ende des Tages seh ich schon das Mond, dem ich das beibring, das wird einfach sterben. Raiku, also. Na klar. Warum auch nicht? Chillig. Nimmt man mal mit. Da warb ich den Don. Du kannst dem Don gar nichts. Kann man das machen, dass er für den Kampf weg ist, aber nach dem Kampf zu 50% bleibt? Boah, ich vermute, dass das wieder viel zu schwierig zum Erstellen ist, I guess. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich ja damit nicht aus, deshalb kann ich da auch nicht zu viel zu sagen. Also, ich denke, es war eh eine Frage an Mimso, aber ich wollte trotzdem meinen Senf dazugeben. Ich sehe, wir haben einen Chatmon. Natürlich. Haben wir Chatmons wieder eingeführt? Muss ja. Haben wir am Anfang ganz vergessen gehabt. Ich glaube, Flo hat es dann geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat. Irgendwer hat uns dann wieder darauf gebracht, dass wir natürlich die Chatmons zurückbringen müssen. Dürften wir auch schon beim letzten Mal aktivieren. Ich war übrigens heute sehr schlau. So, seht ihr das? Ich habe mir eine ganze Flasche voll gemacht und noch das Glas, was ich sonst immer benutze zum Trinken, damit ich genug zum Trinken darf, Freunde. Ich würde fast sagen, der Big Brain Move, ich hasse Steirer. Ich glaube, der Big Brain Move war so krass, da wird es Zeit, mal eine neue Brille aufzusetzen, Freunde. Ja, 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 Freunde, wir sind am Start. So sieht es aus. So, wen müssen wir umbringen, Steirer? Das ist bei mir mittlerweile eine Grundvoraussetzung zum Streamen. Kein Streamen ohne Trinken neben mir, fühlt man. Okay, Xerox raus. Ich habe eigentlich keinen Bock da jetzt. Kann ich es später raustun? Ich will jetzt eigentlich nicht nochmal durch den Wald laufen, dann spiele ich. Oh, ich habe die Vermutung Togekaiser belebt, eh, sowieso, das Xerox wieder. Ja gut, dann kann er weiterspielen, Freunde. Stark. Es fehlt nur noch der passende Beat zur Brille, ja, ja. Habe ich aber leider nicht am Start, tut mir leid. Warum, was für Kiffer, hä? Wollen sie, wollen sie Stress? Stress mit dem Hertha-Unser, warum ist da ein Boeing genau? Neuer Pappenheimer. Steirer, vielen Dank für 10 Gift-Subs. Ich habe die Vermutung, dass es das wohl mit Xerox doch gewesen ist. Ich überlege gerade erstmal, was ich mit wohin genau hier gerade anstelle. Neuer Pappenheimer. Kann nicht wechseln, ne? Ne. Maybe ist einigler Weizern-Player. Neuer Pappenheimer. Ja, ich glaube, ich gehe immer auf Abschlag und hoffe, er drückt nicht Konter. Neuer Pappenheimer. Okay, er drückt Spiegel-Cab. Huhuhuhu. Hallo Stone, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Neuer Pappenheimer. Es fehlt ein Mon-Release für 50k, so kann man dem entgegenwirken. Stimmt, das ist eine gute Idee, die gefällt mir. Neuer Pappenheimer. Muss nicht mal, ich sage 40k finde ich schon okay. Ich würde euch gönnen und sagen, 40k ist okay. Neuer Pappenheimer. Das ist ein neuer Encounter, was für ein neuer Encounter. Da hat er keine Punkte mehr, also nimmt er Geld. Neuer Pappenheimer. Das Format ist halt Pay-to-Win, Freunde. Was soll man machen? Machen wir jetzt Emo-Chat direkt oder erst wenn Xerox auf der Box ist? Ich würde sagen, wenn ich ihn auf die Box gelegt habe. Wobei, ne, wir machen ja eigentlich immer, sobald er stirbt. Und da er jetzt gerade tot ist, haltet ihr die Klappe. Es gibt nur Emo-Chat. So, endlich habe ich meine Ruhe. Le, Kumio. Jetzt kann er auch mal in Ruhe spielen. Wer jetzt nicht hier schreibt, der ist seine eigenen Popel. Ihr seid alles Popel-Esser. Sind da Zusatz-Encounter geklickt? Oh, da muss ich gleich. Habe ich gleich mitbekommen, ne? Aber dann mache ich das gleich danach noch. Richtig witzig, Freunde, ne? Da haben wir mal kurz den Comedy-Modus richtig eingeschalten. Das Problem ist, ich komme... Ja, okay, ich laufe jetzt einmal zurück. Das ist ja... Ich habe ja keine Lust mehr, hier die ganze Zeit rumzugammeln. Und Xerox muss ich ablegen. Dann habe ich noch den Zusatz-Encounter da. Dann fange ich nämlich erst die Mons. Sonst ist das mir ein bisschen zu doof. 7K habe ich noch über. Hä? Hä, da war... Ich habe eine Donation gehört. Aber sie wurde mir irgendwie nicht angezeigt. Wurde die nicht angezeigt? Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Ich habe den Donation-Alert unter... ...den Screen von... ...vom Gameplay gelegt. Wow. Ich bin... Wow. Ich bin auch einfach scheiße. Manchmal ist es der Wahnsinn. Kann jemand sich im Chat melden, der es war? Was? Ansonsten muss ich mal gucken. Kann ich das irgendwo nachschauen? Ich wüsste aber jetzt nicht, wo ich das nachschauen kann. Auf jeden Fall vielen Dank für die Donation. Ich weiß nicht, wer es war. Aber vielen Dank. Ich weiß nicht, wie viel es war. Aber du kannst Punkte einlösen. Dementsprechend... ...maybe kriegen wir es dadurch mit. Ich weiß es nicht. Oh, das war unangenehm. Das ist ein bisschen unangenehm. Na, hallo, Big Boy. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hello. Äh... Maybe nehmen wir einfach Staravia rein. Ich denke, das ist fein. Xado brauche ich gerade noch zum Zerschneider klicken. Vielleicht gerade einfach 100 Euro bekommen. Es wäre sehr unangenehm. Kann ich das nicht... Warte mal. Jetzt lasst mich mal kurz... Lasst mich mal kurz was gucken. Maybe kann ich das hier schnell einmal herausfinden. Weil sonst ist ja... Es ist ja ein bisschen unangenehm jetzt. Dass ich das da drunter gelegt habe. Ich hasse es auch... Weil bei OBS... Es gibt auch OBS irgendwas noch, wie es heißt. Ich weiß es nicht mehr. Da gab es dann immer so eine Nachricht unten. Und hier ist es nicht. Ah, Big Boy. Geile 2 Euro. Vielen Dank. Kurs geht raus. So. Schau. Müssen wir auch gar nicht mehr genauer irgendwas hier ändern. Äh, wir brauchen im Übrigen ein neues Chatmon, ne? Nachdem Xerox ja jetzt weg ist. Und Steirer offiziell den Chat damit quasi auch getötet hat. Bräuchten wir ein neues Chatmon? Du hast gesagt, wer nicht schreibt, ist Pope. Ja, habe ich hier geschrieben. Ah, starker Spielzug. Ich habe ihn dir nur leider versaut. Also schreibt, schreibt jetzt in den Chat, welches Mon ihr gerne sehen würde. Dann gucken wir mal, wo die Tendenz ist. Bisher scheint es ein Wettrennen zwischen dem Don und Xato zu werden. Welches Mon soll sterben? Einfach als Chatmon wählen. Weiß ich jetzt nicht, ob das die richtige Idee ist. Wenn ihr unbedingt Emote-Only-Chat schreiben wollt, dann... Dann macht das, I guess. So, das ist euer Ding. Okay, ich glaube, wir brauchen einen Poll zwischen Don-Fan und... Zwischen Don-Fan und Xato, bitte. Das scheint mir hier... Auch wenn jetzt dreimal Hundus dahinterher kam. Ich denke, das ist das richtige Mon, was wir uns angucken. Und hallo, Muuu, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hallo. Darf man, wenn das eigene Mon released wurde? Wenn es released wurde, dann natürlich. Das steht da außer Frage. Dann existierst du ja quasi nicht mehr. Dann wurdest du vom Reich der Schatten aufgesaugt und bist weg. Da akzeptiert wir das. So, erster Encounter. Oh, ich krieg's kotzen. Das ist übrigens der reguläre Encounter gerade. Den dürft ihr rerollen, wenn ihr wollt. Sonsten haben wir wohl einen Pummelhof. Äh. Ich halt. Das Problem ist, dass Scherox jetzt weg ist. Ich hab echt nichts Gutes um den... Weil ich glaub, Xato ist so kacke, mit dem kann man den schon schwächen. Aber vor allem, hab ich auch... Hab ich gerade Schnabel gemisst? Hä? Okay, wir rerollen, aber ich verstehe trotzdem nicht, wie ich Schnabel gemisst haben kann. Hat er irgendwann mal Sandwirbel eingesetzt? Okay, und Xato wird das Chat... Wow, Pummelhof, Wahnsinn. Pummelhof... Ich seh schon, ihr habt momentan richtige Gen-2-Liebe, ne? Erst hatten wir Mogelbaum, dann Scherox, jetzt Xato. Ich seh da... Ich seh da zumindest ein System raus. So, kann ich den jetzt... Okay, den hab ich... Warum hab ich bei dem anderen die ganze Zeit gemisst? Das verstehe ich fast nicht. Fast ne 50-50, Gott sei Dank. Ich hab gar keinen Bock auf ne 50-50, bin ich ehrlich. Müssen wir nicht haben. Yay! Pummelhof! Nice. Okay, jetzt kann ich die Brille auch mal wieder wegtun. War genug Gamer-Brille, oder wie auch immer ich die Scheiße nennen soll. Genug Gamer... Das war die... Das ist die Shigo-Brille. Genug von der Snacks. So, ey. Perfekt. Sind einfach 2,5k für nichts gebuttert. Ja, das ist das Risiko, mit dem man spielt, ne? Ist eigentlich, ne? Auch ein bisschen... Boah, jetzt hab ich die ganze Zeit das Gefühl, hier würde noch die Brille sein, ne? Es nervt... Boah, nervt das! Ah! Warum hat Mashok im Poke-Link dieselbe Farbe? Das haben wir uns gestern auch schon gefragt. Und warum hast du eine MLG-Brille? Tja, Jerry, und die nächste Frage ist natürlich, warum liegt hier an meinem Faxo herum? Man weiß es nicht. Würde den nächsten Spitzenabend nehmen für meine Spende, da und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja, dann musst du das... Das musst du trotzdem richtig timen, im Endeffekt. Also, da musst du dann hoffen, dass niemand anderes das will. Aktivier's einmal und dann geben dir die Leute die Punkte zurück. Mach's im besten Fall so. Wieso hast du eine Brille auf? Habe ich doch... Xiberga? Ich glaube, du musst zum Augenarzt. Welcher Route? Stimmt, ich brauche bitte noch die Route, wo der Zusatz-Encounter sein soll. Ich schwöre bei Gott, wenn er mich jetzt irgendwo an den Anfang schickt, dann scheiße ich auf den Zugang. Dann weigere ich mich einfach. Eigentlich, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Was ist, wenn ich mich einfach weigere? Die Option habe ich für mich eigentlich noch nie entdeckt, aber was ist, wenn ich mich einfach weigere? Und hallo, Thieme, ich wünsche gute Besserung. Hello. Ich brauche jetzt nicht fragen, ich hoffe, dir geht's gut. Dann ist Tschüss, ja. Ich sehe schon, Flo war derjenige, der diese ganzen Emotes wollte. Und Flo ist auch der Einzige, der diese ganzen Pepe Emotes benutzt. Mach keine Twitch-Log. Ne, 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 ne. Das ist mir... Was soll denn das jetzt? Save the Dons. So sieht es aus. Das ist schon wieder ein guter Hashtag. Dafür musst du Kanal-Punkte verwenden. Kann ich... Habe ich hier überhaupt Kanal-... Ich glaube, ich habe bei meinem eigenen Kanal keine Kanal-Punkte, ne? Also ich wüsste zumindest nicht, wie ich selber die aktivieren kann. Einfach neben dem Stream immer mit einem anderen Account reingehen. Und dann mich positiv beeinflussen. Thiem 31 Eisbär, nehme ich. Am... Ey. Das mache ich dir in der nächsten Twitch-Log. Am Handy mit einem anderen Account einloggen. Und dann tue ich mich die ganze Zeit pushen. Ihr habt mich auf eine Idee gebracht. Haha. Stark. Du hast ja nicht mal alle reingenommen. Ja, stimmt. Bei ein paar dachte ich mir, ne. Wir kriegen das aber mit. Nein, das könnt ihr gar nicht mitbekommen. Ich bräuchte übrigens immer noch die Route für die Zusatzroute von Synth. Müsste es gewesen sein, oder? Dann bin ich jetzt doof. Ne, das wäre ja gemein. Mega gemein. Ja, no, 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 no. Oh nein. Da muss Steirer gleich weinen. Heute wieder im Chat. Schmaunisch, Maunster. Ja, also ich sag da alles. Du bist ein Stück Scheiße Synth. Weißt du das? Ich weiß nicht mal, wo ist Route 2 in dem Spiel überhaupt? Kuhn und Milch für so billig. Sag mal, ich nehm mal ein bisschen was mit. Wir haben ja jetzt gerade ein bisschen Geld. Route 2 ist in Kanto. Perfekt. Freu mich schon, wenn wir dann in Kanto sind, einen geilen Zusatz-Encounter da einzulösen. Das wird großartig, Freunde. Freut ihr euch auch schon auf meine Kanto-Reise, wenn ich überhaupt bis dahin komme? Wunderbar. Ich glaube, kann es sein, wir haben hier überall random, ja, wir haben überall random Items. Ach, du Kacke. Ich sag, Spezialität für 200 ist actually auch einigermaßen billig. Ja, wir können gerne fair sein. Ich denke mal, ich weiß nicht, was er genau mit Route 2 will. Also, ich bin ehrlich, ich weiß wirklich nicht mal, was du mit Route 2 meinst. Meinst du die Überrosalie, nicht, doch, Überrosalia? Herzschuppe für 100 Poké-Dollar, ja, das finde ich schon mal... Uuuuh. Ja, ich sag, Metronom, ist ein Item, das man gut ausrüsten kann. Und dann gibt es hier noch relativ viele Herzschuppen zum Kaufen, eigentlich auch geil. Finde ich schon mal nice. Und ich glaube, eigentlich sollen wir mal die Regel aufmachen, dass Zusatz-Encounter nur da eingelöst werden können, wo ich schon mal war. Dann ergibt das Ganze auch mehr Sinn. Oder man dann die erste Route von diesem Spiel, okay. Äh. Ja, also über Poké-Bälle mache ich mir schon mal keine Sorgen mehr. Weil hier kriege ich umsonst Poké-Bälle. Das nenne ich mal Stonks, Freunde. Hui! Dafür, dass wir die ganze Zeit am Anfang damit gestruggelt haben. Das sind dicke Stonks. Kannst du ja auch verkaufen... Oh, das ist interesting. Das wären ja noch größere Stonks. Oh, schade. Die verkaufen sich leider nicht. Aber ich bin ehrlich, sind das Hyperbälle echt? Okay, hier könnte ich Term-Erdkräfte kaufen. Fels-Wurf. Nass-Schweif. Judgment. Okay, das ist Stern-Schauer. Drachen-Klaue. Die den Gegner eventuell... A-Aqua-Welle. Erhöht eventuell Angriff mit einem harten... Was? Angriff mit einem harten, schnellen Schlag? Er wird eventuell Angriff, wer hat das anwendet. Ist das Sternenhieb? Ah, das ist Aqua-Hobitze. Das ist Geowurf. Hydro-Pumpe. Und Wutanfall. Sind nette TMs, würde ich sagen. Sind nette TMs? Vor allem, dass Erdkräfte so billig ist, ist halt echt geil. Aber ich will jetzt ungerne gerade was kaufen. Ich nehme mal einmal Erdkräfte mit und dann schauen wir mal. Hat man schon ein Schlechteres gesehen, das stimmt. Das ist absolut korrekt. Schauen wir mal, wer kann das alles lernen? Ah, nur ihr. Ja, okay. Erdkräfte lohnt sich noch nicht auf irgendwem, aber... Das merken wir uns mal. Neuer Pappenheimer. Doch, vielen Dank, dass du Hegener einen Stufe 1-Abo schenkst. Ich küsse dein Herz, vielen Dank. Uh, ein Los. Ich sag, wir nehmen mal einen Los mit. Du kannst auf jedes Mon Judgment packen und mit jedem quasi Tafel usen. Ja, das ist richtig. Nice. Frage, ja, Bäre. Ja, ich hatte... Das war ja Absicht, dass ich es zweimal kaufe, dass ich es nochmal einmal da hab. Hä? Man sieht das Abo immer noch nicht was. Lol. Das ist auch nach unten gerutscht. Ich hab nur gesehen, dass der Donation Alert da unten... Oh mein Gott. Aber hat man das im letzten Stream dann auch die ganze Zeit nicht gesehen? Im letzten Stream habt ihr dann nichts zu gesagt. Was machst du denn nichts? Anscheinend war das von Anfang an so. Ganz unangenehm. Und hallo Janix, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Hello. Muss ich jetzt echt für den Zusatz-Encounter zurücklaufen? Ist das euer Scheiß-Erd... Also, wirklich? Muss ich jetzt wirklich zurücklaufen? Ich also... Ich weiß jetzt noch nicht genau... Oh, scheiße. Das wollte ich auch nicht, aber okay. Dann machen wir halt das noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr euch dachtet, dass das genauso witzig wäre. Und ich weiß nicht, warum ihr das interessant findet. Aber wenn ihr das haben wollt, können wir es machen. So, jetzt lasst mich aber mal kurz den D-Schmume muten. Mache ich schnell Hintergrundmucke an. Und dann laufen wir da einmal schnell rüber. Und hallo, auch kotze Schworf. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Auf der Route gibt es Banger-Encounter. Ich glaube sogar, Action, die waren da wirklich nicht so schlechte Encounter. Deshalb, also... So von der Seite ist es nicht ganz so schlimm. Schon richtig fahren die Raufelkopter. Was lachen wir nicht? Wenn du gleich wieder da bist, schicke ich dich nach Neuburg hier. Mega geil, habe ich Bock. Ich kann in Neuburg hier... Doch, ich kann sogar in Neuburg hier was fangen. Uh, Xi-Burger gönnen sie sich. Boah, Burger auch lange nicht mehr gegessen. Das wäre stark. Burger ewig nicht mehr gegessen. Das wird erstmal auf die Liste für nächste Woche gepackt. Nächste Woche gibt es mal wieder Burger. Lecomio. Imaginiere jetzt schon fliegen haben, ne? Das wäre ein Träumchen. Das wäre auch einfach ein Träumchen. Boah, durch die ganze Kacke hier hindurch. Und dann muss ich ja wieder zurücklaufen. Pulled Pork Burger. Klingt sehr sexy. Ich habe, wir haben uns Mittag, äh, Hähnchen mit, äh, einer Aiwa-Rahm-Soße gemacht. War auch sehr stark. Und Nudels. Da sind noch Reste da, die werden dann am Abend noch gefoodet. Klingt sexy, war sexier. Oh, das findet man immer am sexiesten. Wenn, wenn, wenn es sexy klingt und es dann noch sexier war, dann ist einfach nur am sexiesten. Der Wahnsinn. Da denkt man sich, oh. Hohohoho. Da ist dann die passende Reaktion da drauf, würde ich sagen. Denkel, Denkel ist angebracht an der Stelle. Denkel ist angebracht. Scary Movie kenne ich eh nicht. Also von dem her beim Film, das wäre mir recht egal. Da gab es in der Firma Spaghetti Carbonara. Roch hart verbrannt, war aber in Ordnung. Auch interessanter Twist. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Leicht verbrannt ist nicht so gut. Carbonara ist prinzipiell schon mal wiederum sehr gut. So, das heißt, du willst diese Route hier haben. Route 29, habe ich das richtig verstanden. Gehen wir mal rein. Zusatz Encounter wird ein. Ja, an den habe ich nämlich auch gedacht. Und mit dem kann ich gut leben. Der März 19 KP sollte eigentlich. Ja, das war ein guter Zusatzencounter. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt... In meinem Kopf war so, ich weiß nicht warum. Dachte ich mir so, okay, auf Level 5 hat der mindestens 20 KP. Und ich weiß nicht, gebt Sint bitte seine Punkte wieder. Gebt ihm die bitte wieder. Das hat er nicht verdient. Das war wirklich mein Bullshit. Gebt dem jungen Mann die Punkte wieder. Ach du Scheiß. Und dann habe ich im selben Zeitraum, habe ich aber nicht realisiert, dass das Viech Level 3 ist. Aber Snacks, so ihr gönnt uns trotzdem noch mal einen Zusatzencounter. Gönnt ihr nochmal, okay, Freunde. Wir suchen noch mal einen Zusatzencounter hier. Okay, das ist was anderes. Ist jetzt nicht... Also ich hätte lieber... Glaubt ihr, der hat mehr als 19 KP? Ich glaube, wir müssen Nachtnebel einsetzen. Aber warte mal, wir können ja Safari-Bälle einsetzen. Der hat 19 KP, Dauni. Ja, easy. Der hat auch mindestens 20. Gar kein Stress. Die Starter haben immer ca. 20 auf Level 5. Kapalorus auf 3. Ja, das dachte ich mir auch jetzt im Nachhinein. Alter, bleibt doch einfach drin. Ich meine, ich habe ja zwar jetzt Bälle, ne? Aber das heißt trotzdem nicht. Und der mit Trugschlag, ähm... War Xerox. Der ist jetzt auf... Tote auf der Bank. Könnt ihr wiederbeleben, Freunde, ne? Könnt ihr wiederbeleben. Alter. Alter. Ist es wirklich so schwer, in dem Ball zu bleiben? Ist das wirklich so eine große Hürde? Ja, und sonst so? Wie geht es euch so? Was habt ihr so getrieben bisher? Wie war euer Tag so? Oh! Okay, danke. So, wer gönnt sich nun? Ich möchte gerne, dass Kapaloris wiederbeleben. Tja. Bisschen doof. Bisschen doof. Okay, Kaito wird's. Äh... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die für eine Fangrate haben. Gar keine Ahnung. Also davor hieß es, was von wegen Dingsbums. Wie ein Hyperball, also... I guess, so? Wie oft will man den noch quälen? So oft, bis er lebendig bleibt. Ja, Kaito war das auch vorhin, aber... Hier ist es ja so, dass sobald wir das Pokémon gefangen haben, erst sicherer Spitzname benutzt werden darf. Also von dem her... Ist das recht egal. Erst wenn man das Pokémon gefangen... Also im Normalfall... Also du hast es richtig im Kopf. Im Normalfall machen wir das immer so, dass sobald das Pokémon erscheint. Aber bei der Twitch-Log, weil gereroadet werden kann. Und weil die Wahrscheinlichkeit durchaus auch mal hoch ist, dass ich reinscheiße, wie wir gerade gelernt haben. Machen wir hier immer erst, sobald's gefangen wurde. Warte mal, war da gerade ein Jirachi? Hab ich das gerade... War da gerade ein Jirachi auf dem Screen? Da war ein Jirachi auf dem Screen, oder? Na gut. Schön, dass wir den nicht bekommen haben. Freut mich. Spar mal meine Punkte. Ich hab das Gefühl, wenn ich den Tonkaiser wiederbelebe, wird den Herr Steirer diesen wieder... Ja, du musst nur Steirer unten halten. Zur Not mehr... Zur Not mehr donaten als Steirer. Das ist ein ganz simples Ding. Das kriegt man auch easy hin. Oh nein, hallo Kaido im Übrigen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Jirachi hätte ich getötet. Ja, ihr müsst einfach nur mehr blechen als Steirer. Und dann könnt ihr da schon den Xerox-Boy wiederbeleben. Einfach, Turgi Kaiser, einmal mal kurz zu Mama sagen, ey, ich hab da eine wichtige Aufgabe für dich. Was für kriegt man easy hin? Ja, du musst ja momentan vorsichtig mit Geld sein. Deshalb hat es mich gewundert, als du die 10 Giftsabs rausgeschleudert hast. Darf man wieder Route 29 kommen für den extra Encounter? Du, wenn das Gameplay daraus bestehen soll und ihr meint, ihr wärt mega witzig, ob ich dann auch wieder da hinlau... Also, ich beheiß mir vor, dann wirklich da nicht hinzulaufen, ne, weil... Das war jetzt einmal witzig. Da haben wir uns einmal gedacht, hoho, Schenkelklopfer des Todes. Und jetzt denke ich mir nur noch, Alter, geht doch einfach nicht allen auf die Nerven. Fly war Orden 5. Ja, ab da ist es mir scheißegal, sobald wir fliegen können. Ab da ist es mir auch scheißegal. Aber bis zu dem Punkt eher nicht. Ich habe nur mehr als einen Monat, dann ist wieder normales Einkommen, oje. Ich überlege gerade, ob Orden 5 korrekt ist. In Orden 5 müsste korrekt sein, ja doch. Kampfarene halt, Orden 5, ja. Die haben da und die Streams dazu, Schauer, so sieht es aus. Die denken sich auch... Gameplay, oh, geil. So ein gutes Gameplay. Dann fliegt man, er spart es wieder aus dem Fenster. Er soll ja Mama bezahlen, aber easy, gar kein Ding. Mach das bitte nicht, nein. Das hat Spaß, mach das nicht. Nach dem Mogelbaum... Das stimmt, nach dem Mogelbaum-Encounter können wir das gerne wieder aufmachen. Da gebe ich dir recht. Da ist mir wurscht, da ist der Weg recht kurz. Ich gehe jetzt zu meiner Mutter. Kann nicht schreiben, ah? Ja. Da merkt man, du gehst richtig gut zu deiner Mutter. Nee, Entschuldigung, deiner Mutter. Da habe ich doch glatt das falsche Wort benutzt. Das habe ich mich kurz verschrieben in der Sprache. Der Wahnsinn, dass mir das passieren kann. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Warum schon wieder? Warum denn immer Rai Quaser? Ich habe schon genug Rai Quaser in dem Projekt gesehen. Das reicht auch wieder. Können wir den Mon-Release bitte Mon-Steirern nennen? Oh, das wäre wild, aber nein, machen wir nicht. Weil dann Leute verwirrt sind, die nicht so oft da sind. Aber prinzipiell wilde Idee. Das, ich wollte gerade sagen, das war actually guter Damage. Vielleicht irgendwas, was den irgendwie ein bisschen schneller besiegt. Boah, meine Monstern halt jetzt auch nicht. Also das Jaube vom Ei würde ich sie jetzt auch nicht nennen. Das würde ich sie jetzt auch nicht nennen, dass die so mächtig sind. Leute, die nicht so oft da sind, haben es auch nicht anders verdient. Da hast du natürlich auch einen Punkt, ja. Aber wir müssen ja auch so, wir müssen ja auch unsere, unsere Arme müssen auch offen sein für neue Leute. Wir müssen, ne, wir sind ja, wir sind ja hier so ein bisschen in der Aufgabe auch neue Leute aufzunehmen. Um neue Leute willkommen zu heißen und zu sagen, hey, hier ist dein Safe Space. Hier ist dein Downy Downs'er Safe Space. Das Downy Downs'er Gütesügel für den Safe Space ist hier. Du kannst hier erzählen, du kannst nicht erzählen, was du willst. Deine Meinung wird definitiv gejudged, aber es ist ein Safe Space, Freunde. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Es ist eine geschlossene Gesellschaft, die allerdings auch recht offen ist. Also eine offene, geschlossene Gesellschaft. Das ist richtig. Wer das Downy Tainment nicht ehrt, ist den Sub nicht wert. Setz nochmal die Brille auf und red dann nochmal über den Safe Space. Das hier, meine Freunde, das ist ein Safe Space. Ihr seid hier alle sicher. So, kommt einfach in Downy, in Daddy Downys Arme. Und er wird euch ganz fest erhalten. Und ihr werdet beschützt sein. Das ist gar kein Stress, Freunde. Das machen wir easy. Gar kein Ding. Das ist euer Safe Space. So. Genug Zeit. Das Problem ist, jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich diese Brille die ganze Zeit aufhabe. Daily Downy, nein, das habe ich niemals gesagt. Das wäre mir jetzt neu. Habt ihr euch verhört? Das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Trade Offer. You receive Downy Tainment. I receive Subs. Das ist ein gutes Trade Offer, sage ich da. Daddy Downy Downs Arme. Ja, ja, ja. Ich bin quasi Yu-Gi-Oh-Karte. Ach ja. Ach ja, Freunde. Das war übrigens ein Elite-Fort. Habt ihr das mitbekommen? Wir haben gerade einen von den Elite-Fort besiegt. Äh, nö. Bisher noch nicht Yuki. Einfach King DDD. Ich bin König DDD. Ich sage aber auch, wenn ich mich mit einem Kirby-Charakter identifizieren müsste, hätte ich auch König DDD gesagt. Ich glaube auch, so ein großer Hammer wäre auch, glaube ich, meine Wahl. Würde ich jetzt sagen. Zeit für einen... Die Downy Downs. So sieht es aus. Der Judgehammer. Das ist dann immer, wenn ich judgee. Na gut, Steirer, das wollte ich extra nicht erwähnt haben. Ich hab's mir zwar auch gedacht, aber ich dachte mir, haha, 17.30. Man muss auch nicht übertreiben. Man muss auch nicht übertreiben. Wobei, ich sag ehrlich, ich meine, die Kids von heute, die gucken sich wahrscheinlich auch Rezo und Co. und sowas an. Und die reden ja da auch so ein bisschen in die Richtung, wo Daddy Downy Mode... Ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, an dem ich einen Daddy Downy Mode habe, da sind wir irgendwo ganz schief und ganz scharf abgebogen. Und zwar in eine ganz falsche Richtung. Wie kann ich mich dafür bewerben, nach einem Mon benannt zu werden? Du musst einfach nur warten, bis wir einen Mon benannt haben. Und dann benutzt du entweder den sicheren Spitznamen oder warte es, bis ich, äh, wer will, in den Chat schreibe. Und dann musst du 100 Kanalpunkte einsetzen, damit deine Nachricht hervorheben und sagen einfach ich. Dann wirst du nachbenannt. Ich hab es wenigstens indirekt reingeschrieben. Dann gibt's Steirer, ja. Der geht mit dem direkt auf die direkte... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Mit irgendwas durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand. Nee. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch machen. Bewerbung schreiben mit Lebenslauf-Adresse und IBAN. Ja, also als erstes musst du natürlich mir deine IBAN-Nummer schicken. Und dann hätte ich da gerne auch einen gewissen Betrag. Also kommt halt drauf an, wie gut das Pokémon ist. So ein Hopspross kostet zum Beispiel ein 5a. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Garados werden willst, da musst du schon ein 20er blechen, muss man sagen. Und dann musst du natürlich auch Sub sein, sonst wird das nix. Also da gibt's viele Mindestvoraussetzungen, du. Dann hätte ich noch gerne ein persönliches Bewerbungsgespräch. Ich würde gerne den Lebenslauf sehen. Also wenn du noch kein Praktikum hier gemacht hast, dann wird's eh schwierig. Und du noch keine Berufserfahrung als Sub hast. Dann... Haa, schwierig. Und hallo Miro, ich hoffe dir geht's gut. Ich hoffe, dir ist ein schöner Tag. Ich mag's, dass wir gerade Guts aktiviert haben. Schaut tatsächlich immer noch einen Herr Downstar oder andere Gaming-Konsorten. Deswegen auch, wenn mir solche Begrifflichkeiten Namen sind, schau ich noch immer eher Gaming-basierten Content. Also ist, glaube ich, normal, dass man so ein Mix oft guckt. Wir taufen das nächste Relaxo Daddy Downy und nein. Wobei... Reicht doch einfach die Vollmacht von meiner Kreditkarte? Ja, ist auch in Ordnung. Geht auch. Ich würde jetzt einmal mal sagen, machen wir eher selten. Aber ich würde jetzt hier einmal meine Ausnahme machen. 99% Anwesenheit im Stream. So sieht's aus. Die 1% ist auch einfach nur, wenn du quasi nicht, äh... Wenn du berufsunfähig in dem Fall bist. Und da zählt aber auch nur die stärkste Form der Berufsunfähigkeit an der Stelle. Nämlich, wenn du gestorben bist. Das wäre dann an der Stelle die stärkste Form der Berufsunfähigkeit. Da kannst du dann natürlich nicht zur Arbeit antreten. Ist ja, ne? Klar. Dementsprechend. Also wenn das vorliegt, dann hast du einen Grund nicht da zu sein. Alles andere sind keine Gründe. Werden nicht akzeptiert. Werden sofort bestraft. Im Ansteck ist es dann Kiddy Downy oder wie? Können wir das Thema abhaken? Das war ein kurzer Jokos. Den müssen wir jetzt nicht weiter, weiter befeuern. Alles klar, DM kommt. Perfekt. 1% ist, wenn du noch ein Downy-Video zu Ende schauen musst. Ne, auch dann eigentlich nicht weiter. Das kannst du ja auch noch später machen. Der Tag hat 24 Stunden. Da hast du so viel Zeit. Also so viel Downy-Connen kommt nicht mal am Tag. Ne, geh mal weg mit dem Klo, der Kind, Jerry. Das war immer noch ein ganz weirder Screen. Meine Voraussetzung war es, eine Anzeige an Sauer, Jerry. Zu schreiben, jetzt wurde ich angenommen. Ja, nicht schlecht. Egal ob Komma, Downy muss geguckt werden. Wieso Komma? Ach, du meinst Koma. Ich dachte mir schon, hä? Da steht ein Komma vor Downy. Scheiße, jetzt kann ich ihn mir nicht angucken. Da steht ein Komma, das da nicht sein soll. Das packe ich nicht. Das kriege ich nicht übers Herz. Krankenschein wird nicht akzeptiert. Nur Rentenbescheid oder Zell am C. Ich denke, als Rentner hast du ja erst recht Zeit zum Gucken. Und warum auch immer ein Zell am C so ein Ding ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber hey. Wir stricken das Downy Cinematic Universe. Ich möchte aber auch wirklich, dass ihr das strickt. Also ich möchte bitte nicht, dass das verfilmt wird. Ich hätte da gern so eine riesige Decke draus, die ihr gestrickt habt. So eine schöne Strickdecke. Die kann ich dann quasi, die kann ich dann im Stream immer so über mich ziehen. Oder so ein Pulli. So ein Downy Cinematic Universe Pulli. Da sehe ich mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Dann ziehe ich mir dann für jeden Stream an. Und dann kann man da so ein bisschen, bisschen quasi Lebensgeschichte machen. Ich erstricke dich gleich. Ja, weil du so viel strickst. Dann klar, erstrickst du mich in dem Fall. Häkeln ist auch okay. Da mach jetzt mal nicht so Auge. Da sind wir, denke ich. Da gucken wir einfach, was dir besser liegt. Und wenn dir Häkeln besser liegt. Man muss ja auch gucken, wo liegt die Spezialität des einzelnen Zuschauers. Und wenn der halt im Häkeln liegt, dann soll er sich natürlich auch aufs Häkelnfunk spezialisieren und das auch nutzen. Ich will ja nicht so halbherziges. Wenn du sagst, also beim Stricken bin ich nur halbherzig. Wenn du sagst, du bist beim Häkeln. Beim Häkeln bist du mit dem Herz bei der Sache, dann natürlich Häkeln. Rein da. Du musst eigentlich noch eine Soulink machen. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Kommt drauf an, ob ich Menschen finde, die mit mir eine machen wollen. Und ich auch mit denen. Und die Zeit habe. Und die Lust habe. Das ist immer schwierig. Jetzt kommt die Pädagogik raus. So sieht es aus, Freunde. Pädagogik, sein Urgroßvater wurde gerade ausgepackt. Ja, es ist Hardcore, so Silver, Levelkurve, Freunde. Also was erwartet ihr? Es ist halt leider... Das sind 20% möchte ich anmerken. Ich habe auch überlegt, ob ich auf 30 gehe. Aber dann dachte ich mir, boah, das könnte ein bisschen übertrieben sein. Ich freue mich schon auf den legendären Kuh-Ark. Welchen? Achso, als ich mit der Kuh geboxt habe. Boah, das war... Das war immer noch ein Match, Freunde. Du, damals... Ich gegen die Sieglinde, ne? Sieglinde war die Kuh. War eine weibliche Kuh, glaube ich. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, als was sie sich identifiziert hat. Biologisch gesehen, als sie geboren wurde, hat man gesagt, es ist ein Mädchen. Die Sieglinde. Das war ein Match, Freunde. Knapp gewonnen. War eine würdige Gegnerin, auf jeden Fall. Also, da kann man nix gegen sagen. Also, Red, alles auf Level 100. Ich meine, das ist ja bei 20% schon ähnlich. Gibt es männliche Kühe? Stimmt, haben die nicht sogar einen anderen Namen? Ich weiß gar nicht mehr. Kühe sind immer... Ja, Freunde, natürlich. Das wusste ich doch. Wollt ihr jetzt... Wollt ihr jetzt wirklich... Also, jetzt mal... Hallo? Können wir bitte nicht so... Wir sind... Es ist... Entschuldigung. Wir haben 20, 23. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass eine Kuh nicht auch männlich sein kann? Oder weiblich einfach? Oder was auch immer? Angriffshelikopter oder so? Also, das finde ich jetzt schon... Da habe ich mehr von euch erwartet. Bin ich ehrlich. Ich dachte, ich hätte meinen Chat anders aufgezogen. Ich dachte, wir würden Kühe nicht so sehr judgen. Aber offenkundig tun wir das doch. Habt ihr die Kuh... Das ist das Ding. Habt ihr überhaupt mal mit der Kuh geredet? Wie sie sich dabei fühlt. Ich glaube, mein innerer Biologe ist gerade gestorben. Tja. Das ist doof, ne? Schlecht, ne? Solange du noch lebst, ist ja gut. Solange es nur der innere Biologe ist, ist es ja nicht schlimm.